So, ich befinde mich jetzt hier vor dem Wagen, gehe jetzt zum Auto und drücke jetzt den Träger. Das springt so ein bisschen hoch. Also man muss hier wirklich das so hinkriegen, dass man genau wenn da so grau wird, drückt. So, ich stehe jetzt wie gesagt vor dem Wagen und drücke jetzt den Knopf. So, jetzt sitze ich im Auto, jetzt in der Blickrichtung. Wenn ich mich aber umdrehe, befinde ich mich eigentlich in der richtigen Position. Zwar ein bisschen niedrig, aber das ist glaube ich eine Einstellungssache. So, ich sehe meine Hände nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass ich nicht die Hände sehen kann. Die Hände sind weg, sie sind ja auch ausgestreckt, rechts und links. Nur, wenn ich jetzt den Pin vom Controller vor und zurück bewege, passiert nichts. Ich kann auch alle Knöpfe drücken, es passiert gar nichts. In Kombination auch nicht. Als wenn, wie gesagt, die Steuerung der Controller nicht möglich wäre. Das funktioniert leider nicht. Ich kann ein bisschen vorlaufen. Ne, das passiert leider nichts. Gar nichts. Wenn ich einfach. Mal nicht knapp. Okay. Vielen Dank.